Da sollte man jetzt drunter schauen. Ja seht ihr das? Das sind zu viele Bienen die würde ich matschen am Gitter und nicht im Rauch hingehen. Ganz oft kann man mit der Hand eigentlich das meiste erreichen bei den Tieren. Seht ihr ich habe die einfach nur kurz angetippt mit meinen Bienchen kurz geschmust und schon gehen sie weg weil Bienen wollen nicht schmusen. Mit der Technik kann man übrigens ganz toll seine Bienen lenken.